Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr und habe euch heute eine spannende Aufgabe mitgebracht, bei der eine vierstellige Zahl gesucht ist, A, B, C, D. Wenn man diese Zahl mit 4 multipliziert, erhält man als Ergebnis die gleichen Ziffern, also nochmal A, B, C, D, A, B, in umgekehrter Reihenfolge, also D, C, B, A. Hier ist nochmal zusammengefasst, wenn man die Zahl mit 4 multipliziert, kommt die Zahl nochmal raus, aber die Ziffern sind eben rumgedreht. Und ja, da schauen wir jetzt mal, wie wir da rangehen können an das Ganze systematisch, weil es kommt ja einem vor, als hätte man kaum Informationen am Anfang. Müssen wir mal reingehen, vielleicht schauen wir uns das Ganze erstmal an einem Beispiel an, was überhaupt passiert, wenn man irgendeine vierstellige Zahl mit 4 multipliziert. Da kann man schon mal sehen, was da so auf einen zukommt, was man beachten muss und dann kriegt man so erste Hinweise, wo man überhaupt anfangen kann. Also würde ich mal sagen, wir schnappen uns irgendeine vierstellige Zahl, 5316 zum Beispiel, multiplizieren die mal mit 4 und schauen, was da so passiert. So eine Zahl, damit wir da auch mit den Bezeichnungen arbeiten können, besteht ja hier aus den Einerstellen, den Zehnerstellen, Hunderter und Tausendern und auch unser Ergebnis letztendlich wird aus Einerstellen, Zehner, Hunderter und Tausendern bestehen, als vierstellige Zahl. Dann multiplizieren wir mal. Vier mal sechs sind 24. Man schreibt nur die vier hinten hin und die zwei von der 24 landet hier als Übertrag bei der Zehnerstelle. Übertrag ganz wichtig, müssen wir dran denken, das kann passieren. Dann geht es weiter. Vier mal eins sind vier plus den Übertrag. Also vier plus zwei sind sechs, das schreiben wir hier hin. Diesmal gibt es keinen Übertrag. Vier mal drei sind zwölf. Wir schreiben nur die zwei hin. Die eins landet hier als Übertrag. Und dann als letzte Stelle vier mal fünf sind zwanzig plus eins sind einundzwanzig. Seht ihr, was hier passiert ist? Haben wir noch eine vierstellige Zahl als Ergebnis? Nee, sie ist fünfstellig geworden. Also unser erstes Learning, was wir jetzt nur aus dem Beispiel gesehen haben, ist, die Zahl darf gar nicht so groß sein, sonst ist das Ergebnis nicht mehr vierstellig, sondern fünfstellig. Und wir denken immer schön an den Übertrag. Und mit diesen Erfahrungen gehen wir jetzt mal rein in unsere Aufgabe. Okay, vielleicht starten wir erstmal vorne bei dem A, weil das hier vorne schön steht. Grundsätzlich kann A ja erstmal jede Ziffer zwischen 0 und 9 annehmen. Also wir wissen am Anfang sozusagen erstmal gar nichts über unsere Ziffer. Aber wenn wir zum Beispiel die 0 mal hier einsetzen wollten für das A, sehen wir direkt, eine vierstellige Zahl kann nicht mit einer 0 starten. Also die 0 ist schon mal nicht erlaubt, weil unsere Zahl dann nur dreistellig wäre und nicht vierstellig. Okay, die ist schon mal raus. Dann haben wir eben ja schon gesehen, dass die Zahl auch nicht zu groß werden darf. Also 5000 irgendwas, wenn man das mit 4 multipliziert, wird das ja fünfstellig. Auf jeden Fall vom Ergebnis. Das heißt, hier vorne darf keine 5 stehen und auch keine Zahl, die noch größer ist als das. Aber die Zahlen dazwischen müssen wir natürlich auch noch testen. Das hier wussten wir jetzt nur von unserem Beispiel. Dann gucken wir mal. Also 4 mal 1 ist nur 4. Okay, das würde zu einer vierstelligen Zahl führen können. 4 mal 2 sind 8. Ist auch nur eine einstellige Zahl. 4 mal 3 sind dann aber 12. Und die 3 würde auch schon hier zu einem Übertrag führen. Das heißt, hier würde eine fünfstellige Zahl entstehen. Das wollen wir nicht. Deswegen 3 und 4 fliegen auch noch raus. Nur die 1 und die 2 sind jetzt noch übrig. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das entscheiden können. Das A kommt ja nicht nur hier vorne vor, sondern auch da hinten. Was können wir über die letzte Ziffer einer Zahl aussagen? Welche Information liefert uns das? Zum Beispiel könnten wir uns überlegen, ist das eigentlich eine gerade Zahl, die herauskommt? Dann müsste eine 2 hinten stehen. Oder ist es eine ungerade Zahl? Dann müsste die 1 hinten stehen. Gucken wir mal. Wie ist diese Zahl denn entstanden? Wir haben hier vorne irgendeine Zahl mit 4 multipliziert. Aha. Dann kommt auf jeden Fall als Ergebnis eine gerade Zahl raus. Denn die 4 besteht ja aus 2 mal 2. Also wir haben irgendeine Zahl auf jeden Fall mit 2 multipliziert. Und das liefert uns immer eine gerade Zahl. Also wissen wir, hinten hier kann keine 1 stehen. Das muss eine gerade Zahl sein. Deswegen muss die letzte Ziffer auch gerade sein. Und damit ist unser A gleich 2. Wir haben es schon rausgefunden. Das habe ich jetzt mal für das A eingesetzt an der und an der Stelle. Damit sieht unsere Aufgabe jetzt mit dem neuen Wissen so aus. Was können wir uns jetzt mal anschauen? Wir haben ja jetzt die Tausenderstelle hier rausgefunden. Vielleicht hilft uns das dann auch, die Tausenderstelle hier rauszufinden. Also das D. Gehen wir mal auf die Suche nach dem D. Was haben wir hier? Okay. Wenn wir die Tausenderstelle berechnen wollen, würden wir ja 4 mal 2 rechnen. Auf jeden Fall. Hinzu kommt eventuell noch ein Übertrag. Also 4 mal 2. Weil 8 ist jetzt nicht das Endergebnis, nicht notwendigerweise das Endergebnis. Aber 4 mal 2, also 8 könnte das sein, was hier steht. Oder wenn ein Übertrag noch dazukommen sollte, dann könnte da auch noch eine 9 stehen. Also mindestens 8 wird hier stehen wegen dem 4 mal 2. Größer kann es auch sein. Okay. Damit haben wir D schon mal super eingeschränkt. Es kann 8 oder 9 sein. Schauen wir mal. D kommt noch hier vor. Und das ist die Einerstelle. Und die Einerstelle, die haben wir hier hinten schon. Da muss eine 2 stehen. Na ja, dann können wir es ja einfach testen. Also setzen wir einfach mal die 8 für das D ein und gucken, ob dann hinten eine 2 entsteht bei der Berechnung. 4 mal 8, wenn wir das einsetzen, sind 32. Also da hinten bei der einen Stelle würde eine 2 stehen. Das könnte klappen. Bei der 9 auch. 4 mal 9, wenn wir das testen, sind 36. Nee, das klappt nicht. Die Zahl kommt nicht in Frage. Sehr gut, haben wir ausgeschlossen. Damit ist ganz klar, dass unser D 8 ist. Ich finde es echt faszinierend, dass man doch so viel herausfinden kann, obwohl man das Gefühl hat, es ist gar nichts gegeben. Aber mit diesen kleinen Eigenschaften, die man hier einfach so ein bisschen vergleicht, kommt man doch zu was. Also D habe ich dann 8 eingesetzt und damit sieht die Aufgabe so aus. So, dann schauen wir mal, ob wir B irgendwie bestimmen können. Die kommt hier einmal vor und hier. Also hier ist es die 100er Stelle und hier die 10er Stelle. Also ihr merkt, mit den Stellen, das zu vergleichen, das hilft einem schon. Die 100er Stelle, wir haben ja jetzt die 1000er Stelle hier und hier. Das heißt, die 100er Stelle könnte ja eine Auswirkung auf die 1000er Stelle haben, mit dem Übertrag. Wenn die 100er Stelle so groß ist, dass ein Übertrag entsteht, dann hat die 100er Stelle einen Einfluss auf die 1000er Stelle. Ist das hier der Fall? Die 1000er Stelle können wir uns mal anschauen. 4 mal 2 sind 8 und das ist genau das, was hier auch steht. Die 8, das sagt uns, die 100er Stelle, die darf gar keinen Übertrag haben, denn sonst müsste der ja hier noch mit dazugerechnet werden und hier müsste eine 9 stehen. Aber da steht eine 8. Das heißt, die 100er Stelle hier, die muss so klein sein, dass kein Übertrag entsteht. Das ist eine super gute Information. Das heißt, 4 mal 0 wäre möglich, 4 mal 1 ist möglich, 4 mal 2, da sind wir dann bei 8. 4 mal 3 ist nicht möglich, weil dann sind wir ja schon wieder bei 12 und hätten einen Übertrag. Das darf aber hier nicht passieren, deswegen ist nur 0, 1 oder 2 möglich. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo das B hier bei der 10er Stelle noch vorkommt, dass wir das vergleichen, um jetzt 0, 1 oder 2 festlegen zu können. Hier hinten haben wir das B an der 10er Stelle und was wir noch nicht benutzt haben, ist, dass, wenn wir die beiden hier verbinden, die letzten beiden Ziffern, wenn man die zusammenfasst, dann geben die eine wichtige Information über eine Zahl. Und zwar kann man damit testen, ob eine Zahl durch 4 teilbar ist. Wenn die letzten beiden Ziffern, wenn man die zusammenpackt, wenn da zum Beispiel eine 12 steht am Ende der Zahl, dann wisst ihr, dass diese Zahl, die ganze Zahl durch 4 teilbar ist, weil die letzten beiden Ziffern selbst durch 4 teilbar sind. Das reicht, um zu testen, ob eine ganze Zahl durch 4 teilbar ist. Und diese Zahl hier muss durch 4 teilbar sein, weil sie ja genau so entstanden ist. Wir haben irgendeine Zahl mit 4 multipliziert, dann muss das Ergebnis automatisch selbst durch 4 teilbar sein. Und das nutzen wir dann doch. Ist diese Zahl hier durch 4 teilbar, wenn unser B 0 wäre, dann würde da hinten die letzten beiden Ziffern wären 0, 2, also die Zahl 2. Ist die durch 4 teilbar? Nö, ist sie nicht. Also passt die Ziffer hier schon mal nicht. Dann testen wir die nächste. 1 für das B eingesetzt, 2. Die Zahl 12, ist die durch 4 teilbar? Ja, ist sie. Also die 1 könnte schon mal passen. Testen wir noch die 2. Wenn wir die für B einsetzen, landen wir bei 22 als letzten beiden Ziffern. Die 22 selbst ist nicht durch 4 teilbar ohne Rest. Deswegen klappt das dann nicht. Macht ja nichts, wir haben ja schon eine Lösung gefunden. B ist damit 1 und wir haben echt schon viel über unsere Zahl herausbekommen. Das B habe ich dann mal durch 1 ersetzt und uns fehlt jetzt nur noch das C. Hier an der Stelle und an der Stelle müssen wir mal schauen, wie wir C finden können. C ist hier also an der 10er Stelle und hier an der 100er Stelle. 100er Stelle ist ein guter Hinweis, denn hier haben wir die 100er Stelle eben ja ausgerechnet. Und die könnte uns jetzt helfen, hier diese 100er Stelle zu bestimmen, beziehungsweise uns zumindest mal Informationen darüber zu liefern. Denn die 100er Stelle hier im Ergebnis berechnet sich ja aus 4 mal 1 plus ein eventueller Übertrag von der 10er Stelle. Okay, den Übertrag kennen wir nicht, aber macht erstmal nicht so viel. Wir kriegen trotzdem eine Information, nämlich 4 mal 1, also 4 ist diese 100er Stelle mindestens mal. Vielleicht kommt noch ein Übertrag dazu, aber alles unten drunter können wir ausschließen. Also C muss 4 aufwärts sein. Je mehr wir ausschließen können, desto besser. Okay, das war jetzt schon mal der Hinweis mit der 100er Stelle und jetzt gucken wir uns unsere Zahl mal an. Wir wissen schon so viel. Wir gucken mal, wie das C hier so in die Berechnung, weil wir haben die letzten beiden Ziffern, das ist echt wertvoll. Wir gucken mal, wie die Berechnung hier stattfindet. 4 mal 8 rechnet man, ja, da kommt dann 32 raus, also 2 schreibt man hin, 3 im Sinn. Dann, um die 10er Stelle zu berechnen, rechnet man 4 mal C, ich schreibe das mal ganz kurz auf, also 4 mal C rechnet man, plus den Übertrag, also plus die 3 und dann muss man eben bei der 10er Stelle landen, beziehungsweise ja nur die letzte Ziffer davon. Es kann ja nochmal ein Übertrag entstehen, der hiermit berechnet wird. Also die letzte Ziffer muss eine 1 sein und dann könnte hier noch ein Übertrag vorkommen. Wissen wir nicht. Aber, dass die letzte Ziffer von dieser Berechnung hier 1 sein muss, das ist auch ein super Hinweis. Das reicht uns vielleicht schon. Wir testen jetzt einfach mal die Zahlen durch, wenn wir das für C hier einsetzen, was da rauskommt. Gut, also wenn wir eine 4 fürs C einsetzen, 4 mal 4 sind 16, plus 3 sind 19, die 9 ist da hinten, das heißt C kann nicht die 4 sein, da müsste nämlich eine 1 hinten stehen. Gut, 5 getestet, 4 mal 5 sind 20, plus 3 sind 23, also hinten auch keine 1, die 5 ist es auch nicht. Die 6, 4 mal 6 sind 24, plus 3 sind 27, ist es auch nicht. Okay, irgendeine sollte es da doch schon mal werden. Die 7, 4 mal 7 sind 28, plus 3 sind 31. Sehr gut, da ist eine 1 hinten, also die 7 kann sein. Hoffentlich ist es die einzige, die geht. Die 8, 4 mal 8 sind 32, plus 3 sind 35. Geht auch nicht, sehr gut. Und die letzte 4 mal 9 sind 36 und 3 sind 39. Nö, geht auch nicht. Perfekt. Damit ist C 7 und wir haben unsere Zahl gefunden. Da steht sie. Das kann man dann auch mal testen, dass das alles so passt. Und wir haben die Aufgabe gelöst. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Schreibt eure Lösungswege, die ihr gefunden habt, gerne in die Kommentare rein. Liked das Video und wir sehen uns dann bei dem nächsten. Macht's gut.